Das Mikrobiom. Ja, über das Mikrobiom lesen und hören wir ganz viel. Was ist das Mikrobiom eigentlich? Das Mikrobiom, das ist die Gesamtheit unserer Keime, die wir mit uns herumtragen. Und diese Keime, diese Bakterien tragen wir mit uns herum auf all unseren Oberflächen. Auf der Haut, auf den Schleimhäuten, im oberen, unteren Gastrointestinaltrakt, in unserem Atemtrakt oben und unten in der Lunge, überall haben wir eine bakterielle Besiedlung. Und diese Bakterien, die sind nicht nur einfach da, sondern die sind ganz aktiv mit uns in Kommunikation. Unser Organismus redet mit den Bakterien und wir reden und die Bakterien reden mit uns. Und die Bakterien sind ganz wichtig, um unser Immunsystem zu stimulieren, zu aktivieren, aber auch zu kontrollieren. Aber das kommt eben jetzt darauf an, dass wir die richtige Zusammensetzung dieser Bakterien auf der Schleimhaut haben. Und wenn wir die richtige Zusammensetzung haben, die wir dann entwickeln, ab der Geburt, über die ersten Lebensjahre hinweg, wenn das alles gut läuft in Bezug auf die natürliche, gesunde Entwicklung des Mikrobioms, dann haben wir Bakterien auf unseren Schleimhäuten, die uns trainieren, die unser Immunsystem trainieren und helfen, dass wir geschützt sind vor chronischen Erkrankungen, vor chronischen Immunerkrankungen, wie Allergien, wie Autoimmunerkrankungen, aber auch vor Erkrankungen wie zum Beispiel auch Krebs. Auch da spielt das Mikrobiom eine wichtige Rolle. Und was wir jetzt mittlerweile gelernt haben, ist, dass die Zusammensetzung dieser Flora bei allergischen Patienten gestört ist. Und diese Störung trägt dazu bei, dass sich die allergische Entzündung entwickeln kann. Es gibt also hier eine echte Ursachenwirkungsverknüpfung zwischen der Fehlbesiedlung und der Entwicklung der Erkrankung. Und das muss man jetzt näher verstehen und untersuchen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und Konsequenzen zu ziehen für die Anwendung. Also können wir dann das Wissen nachher nutzen, um uns zum Beispiel vor Erkrankungen zu schützen oder gar bei solcher Erkrankungen zu behandeln. Das prominenteste Beispiel dafür sind die sogenannten Probiotika, also lebende Keime, die unsere Gesundheitsentwicklung fördern. Solche Probiotika gibt es mittlerweile, solche Keime gibt es mittlerweile. Man kann sie gar im Supermarkt kaufen. Aber wir müssen sagen, die Wirkung ist bisher begrenzt. Das ist gut, was wir da machen, aber es ist noch nicht sozusagen der optimale Effekt. Und um das Konzept noch weiter auszunutzen und auszufeilen, ist noch sehr viel mehr Forschung notwendig. Wir stehen hier also gerade erst am Anfang der Übertragung all dieser tollen und spannenden wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Anwendung hinein.